Ja, da ist aber wirklich was angelaufen, da drüben ist die Spuren. Ist da drüben etwas? Ja, da müssen wir einen Gaskörper. Ich weiß nicht, ob ihr wieder Spuren sehen könnt, aber äh... Männer meint. Jetzt wollen wir noch weiter hoch zu gehen, Friedrich. Ja, dann laufen wir raus, komm. Laufen wir hintereinander, ich sehe nicht an dem Fall, wenn es eng ist, wenn der Sand auch noch abrutscht. Na, dann schütt der Pferd. Ja, dann hopp. Ja, da liegt was, nachts auch gerade. Das war's, dein Pferd. Das war's, dein Pferd. Oh, dann renn doch jetzt mal, meine Fresse. Du kannst halt eigentlich gerne eine Feuerwaffe tragen, du kannst dir allerdings mit einem anderen schüttelst. Ah. Okay. Können wir jetzt mal? Guck, ich rückwärme mal in aller Regel in zwei Schiss. Oh, sag bloß, er hat's nur noch gefixt. Mahlzeit, müssen wir höllisch aufpassen, sonst schaut's uns auch gleich runter. Kann ich nur Pulver schneiden, kommt ab. Ah, wobei, ist alles scheiße. Ja. Ich sneak mal. Ja, chill, Bruder. Das ist eh noch eine TK-Ware, bist du eh ein Wunder. Wird nicht sein gesehen. Ja. Pass hier auf. Ja, ich sneak dann. Perfekt, Sinniger. Ja, ja. Folge J-Wa. Schon passiert. La, la, la. Warte, du schaust. Das ist echt schlappig. Bleib nahe an der Wand. Auf diesen Weg. Oh, tschottschot. Komm schon. Über hier. Wo ist denn der? We're coming, John. Lecks am Arsch, Bruder. Ja, der kann langsam nehmen, wie der Kollege. Ja, quatsch schnell, lauf mal. Hey, kann ich auch ein Schluck haben? Hier. Hier. Geh' einen Drink von diesem. Danke. Ich bin das Design für dieses Schnee. Ausdruckern ist nicht mehr leer. Äh, ist und trinken, um den Kanal oben zu halten. Okay. John, kannst du mich hören? Interessant. John! John, woher bist du? Marston, hörst du mich? Ich bin hier. Der ist links. Das ist John. Wir kommen. Ich bin hier. Hey! All right! Halt, Marston! Er ist hier. Okay. Okay. Dann haben wir noch ein Schluck. Ah, jetzt müssen wir den drei Argo ein bisschen kräftiger. Ich sag, wir spielen können mit BASDG. Geil. Du bist gut? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Komm her. Ich hoffe, das wird uns rausgekommen. Ich hoffe, das wird uns rausgekommen. Du hast das gesehen? Auf der BASDG? Perfect. Auf der BASDG. Du gehst für die BASDG. Ich werde die BASDG. Auf der BASDG. Ich werde die BASDG. Ich werde die BASDG. Auf der BASDG. Auf der BASDG. Und bei der BASDG. Auf der BASDG. Ich nehm die mal, ich bin besser für unterwegs Ja Das sieht überhaupt was Jungs Mit einer Malikknarre wäre es auch einfacher gewesen, weil er war Aber beim ersten Mal versinkt er in zwei Mal drückt, das war mein Fehler Oh, ich bin ja ganz gut mit dem Schieße, klappt ja Lass mal nach Okay Okay Das ist richtig Wir brauchen eine bessere Geschichte für diese Schieße Ich weiß nicht Gefällt mir grad nicht, irgendwas stinkt Das stimmt was nicht Okay, boah, doch alles okay, ich dachte grad Da geht's Ah, du bist bemerkst, das ist das Oh, du bist bemerkst, das ist das Oh, komm, lass uns dich warm Das ist eine Zivilisation. Ich weiß. Der Westen ist, wo unsere Probleme besser sind. Komm schon, Herr Strauss, lass uns warm werden. Danke, Herr Muggi. Äh, wir werden bei Erkundigen im Tagebuch vermerkt. Vergrößern, Seite, Kapitel. Hm, schöne Bilder. Ich glaube. Blackwater, ich habe dieses neue Tagebuch gekauft. Ich rede weiter. Nachdem das alte bei dem Feuer verbrannt ist, das muss ich schon wieder Monate her sein. Ich habe in den letzten Monaten nicht viel geschrieben oder gezeichnet, aber es fehlt mir mehr, als ich erwartet habe. Jetzt habe ich endlich ein Geschäft gefunden und schreibe ich hier wieder. Nach der Sache im Norden und im Feuer haben wir ein paar Monate der Wildnis verbracht. Sie sind von den nördlichen Grizzlies runter. Blackwater und wir bekommen unser Geld oder wir bekommen ein paar mehr Geld. Und wir gehen nach Westen. Wir gehen nach Westen. Wir gehen nach Westen. Später mal weiter, wenn die hier fertig verstanden. Wir haben das. Wir sind sicher. So, Protokoll Missionsziel. Chant ist noch von einer Erkundung zurückgekehrt. Arthur und Javer suchen im Schneetreiben nach ihm. Ammaja. Töte halt Wölfe ohne Schaden zu nehmen. Äh, habe ich nicht. Schließe Mission mit mindestens 8% Genauigkeit ab. Uff. Brosse. Naja. Ah, wenn der loot ist. Oh, mach zu. Ist nichts drin. Auch nicht. Da scheint auch nichts zu sein. Du hast den angebrochenen Gegenstände nicht genommen. Angebrochenen Gegenstände bringen dir nur die Hälfte. Vorzüge. Okay. I Inventar. Ne, Top war's. Wie komme ich nochmal rein? Äh, C. Umgucken. V war Perspektive. E. R. T. Jatz. Jatz war Tagebuch. War C. War falsch. Äh. 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 Ausdauer Tonika. Gesundheits Tonika. Dead Eye Tonika. Okay. Ich möchte jetzt hier in der Ferne zu sehen. Oh, gut von mir aus. Sicher ganz nett. Na Jungs, was geht? Gibt's hier noch was? Wenn die Loot Gears wieder öffnet. Ich muss mal kurz nachschauen. Einstellungen. Wo waren das jetzt wieder? Äh. 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 Steuerung. Im Winter. Blablabla. Ach da. Tastaturbelegung. Powerzipkarte. Interagieren. Aussetzen. Blablabla. 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 Nö. Ach, wir finden's raus. Wollen wir jetzt einen Gamefluss hier kaputt machen? Ja, jetzt komm, ich klicke noch 50.000 mal auf Escape. Jo. Gehe mich eigentlich nicht dazu. Was haben wir hier? Kann man das Buch lesen? Nicht? Okay. Können wir mit ihm quatschen? Ja, wahrscheinlich müssen wir uns erstmal hinsetzen dazu. Dann geht's ja noch weiter. Oh, was ist da? Ist da ein seltener Gegenstand? Ist hier was? Oh, sorry. Ne, hier kann man nix machen. Können wir mit dir reden? Chef? Was ist los? Ah, nix Bruder. Na, komm uns halt hin. Ach so. Da seh ich grad. Musst du raus. Auf der Mini Map. Ja, raus hier. Waaah. Aber man kann sagen, die Tür wird zu, ne? Stürmt ja wie Pissbirne hier. Jo, was ist los Brudi? Alles gut? Ah, mein, du bist ein Brennholz. Aber das kann schnell weg sein. Ich glaube, die Leute haben sie verloren. Das war's. Aber wenn ich falle, ich will keine Fuss. Wenn du falle, wird es eine Party. Eine Party? Wahrscheinlich. Das ist lustig, oder? Natürlich. Ich fühle mich nicht so, als Sie beide lachen. Stop es! Jetzt! Sie verdammeln, wenn Cuomo Driscoll ist nicht verdammelt. Du willst, du willst, du willst, du willst, du musst, du willst. Du bist sicher, Dutch? Ja. Wir haben vieles, wir haben noch nicht auf den Kommen. Und das letzte, was wir brauchen, ist zu werden, von Cuomo Driscoll. Ich weiß, du ihn magst, Dutch. Er ist hier für uns. Ich schaufe das. Nein, du schaufe ich. Ich würde niemals schaufe dich, Dutch. Du... Du sagst, Revenge ist ein Luxury, das wir nicht haben können. Das ist eine richtige Frage, Arthur. Geh das. Und das ist mehr, als Revenge für Business, lange vor. Sie waren über Trains, und Detonatoren hier. Colm, hat immer gute Informationen gehabt. Komm schon. Und du denkst, jetzt ist die richtige Zeit, um uns zu treffen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen umrufen. so. Am Fischhaufenpferd. Am Fischhaufenpferd. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. Would you please look after the place, there are O'Driscolls about. Ach man, ich hab ein Lasso. Und für was? South West, right Arthur? Yeah. You said follow the main trail South West. They're camping near something late. Okay. Let's go find these bastards, before they find us, and rob this score of their planet. Okay. Wenn er meint. Wir hätten ihn so ein bisschen umgeguckt, aber okay. Spuren. Eine Menge Pferde ist aber nicht gut, oder? Vor allem so im Kreis gelaufen. Das wär's. Ich weiß, dass du nicht mehr von meinen Ideen denkst, aber das ist der richtige Weg. Okay. Du weißt, ich hab deine Beine. Ich lehrte lange vor, dass du mit Colm O'Driscoll wirst. Warte für ihn, und die Leute, die du lieben, werden sterben. Das ist dich, zwischen dir und ihm. Es muss sich zu resten, ein Weg oder nicht. Es wird sein. Einige Dinge kann ich nicht vergleichen, andere kann ich nicht vergessen. Was er zu Hannabelle hat, ich kann es nicht tun. Du hast seine Bruder, Dutch. Ja. Ich habe das. Und ich hoffe, dass die Bastards bald wiederum werden. Das ist wie das wird. Das wird so. Das ist richtig, Boss. Ah, da vorne. Da brennt ein Fass. Könnte aber eine Kölerei sein. Wobei, hm, ich glaube es weniger. Wissen wir mal absteigen? Wie ist der Plan? Wissen wir mal absteigen? Wie ist der Plan? Wir sehen, ob wir nicht ein Gefühl haben, des Ausgangs des Campes. Herr Williamson, Herr Bell, Sie zwei nehmen eine falsche Position gerade außerhalb des Campes. Herr Summers, Herr Escuela, Sie zwei, halten die Position hier. Lass uns gehen. Hallo. Kann ich vielleicht die Waffe mitnehmen? Ja, mache ich auch. Ja, ich komme ja. Ich wollte euch die Knarre mitnehmen, aber Blutnehmen ist halt nicht mehr. Da habe ich noch mal Revolver dabei. Ich finde, das wäre praktischer. Sind sie das? Sind sie das? Das sind definitiv sie. Zu Hause? Ich denke so. Ja, das ist sie. Wie der hinläuft. Ja, jetzt kommt's zu uns. Was ist, Chef? Ach so, wir können uns umgucken. Jetzt. Wer spricht er? Er sieht mich nicht sehr glücklich. Nein. Verpiss dich, Junge. Es scheint zu sein. Wollen wir ihn holen? Nein. Cone kann warten. Es ist das Beste, dass wir einige davon rauskommen. Und viel weniger Spaß haben, ihn und seine Zahl zu retten, wenn er es nie findet. Komm schon, wir gehen da hin. Okay, wenn ihr meint. Okay. Ja, hatte ich eigentlich schon die ganze Zeit vor. Warfen die wieder nicht von deinen Absteigen? Nee. Okay. Ja. Ja. Auf der 8 ist das. Ja. Mahlzeit. Ach so, ja. Sorry, ich komme bei dir mit. Tut mal leid. Ja. 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 Sechs, wenn die jetzt noch drei Minuten griddre sind und wir ballern, das hören die hier in dem Gebirg auch übel, ich sage es ja nur. Schäflaufer raus, komm. Wir werden die mal nicht geduckt. mal warntschuss abgeben damit sie wissen dass wir da sind oder was machen wir jetzt ich glaube die halt so eliminieren auf weiß immer mein spiel speichert wurde mir nie erklärt QQ das heißt wir sollten hier nicht rennen und schlägst uns runter weil er uns damit sagen ist halt im highgrounds mal echt gut gute gewehre von damals das waren es halt nicht die ich schieße was auf 300 meter ab wäre na da war die präzision dazu streitet ist ich gerade Brudi was ist da es klappt mit uns ei karamba das ist eine gute Idee Ist so nice, da vorbeizugehen? Ja gut, okay. Wenn du meinst. Ich soll jetzt erstmal Sneaky erledigen, war mein Vorschlag. Okay, let's get in cover. Das sind Succeed. Das sind Succeed. Das ist 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 Succeed. Links ist auch noch einer, ich sag's nicht mal. Das ist Succeed. Ja ich hab Auge gesehen. Hoppala Jo, der Exzessor, das war doch das Köpfle Ich denke, das sind alle. Search the bodies. Strip everything we can from them